Ich zeige euch jetzt, wie meine Eltern damals mal Ananas geschält haben. Hier ist so ein nasses Küchentuch, was ich gehört habe. Wenn man das so lagert, dann reift die Ananas so ein bisschen. Und das hat geklappt. Ich finde es immer so schade, wenn man so viel von Lebensstücken halt verschwendet. Deswegen schneidet man gar nicht so viel von der Ananas ab. Man nimmt einfach das ganze Ding hier, weidet dann hier ein bisschen was ab, nicht zu viel. Und wenn man so ein bisschen was abschneidet, dann hat man halt noch diese weißen, schwarzen Punkte hier. Das ist gar nicht schlimm. Am Ende schneiden wir das dann alles weg. Ich bin auch so einer. Jedes Mal, wenn ich in dieser... Egal, das ist jetzt hier glaube ich nicht mehr. Von der einen Seite hier lang, von der anderen Seite dann auch einmal. So sieht es dann am Ende aus. Dann habt ihr auch so ein cooles Muster.